Okay, der nächste Lied. Also, wer uns vielleicht schon mal ein bisschen verfolgt hat, wir sind total nette, liebe Menschen. Quasi-Hippies. Aber manchmal kommt der innere Assi raus auf einen. Und dann schreibt man ein Lied über alles, was einem auf den Sack geht tut. Und dann ist jeder, der einem auf den Sack geht, eine Fotze. Und dann ist es auch völlig egal, ob das eine männliche oder eine weibliche Fotze ist. Dann ist in dem Moment eine blöde Fotze. Und wenn es so einem gegeben ist, dann ist der Tag, dann ist alles im Arsch. Malte, falten wir den Kurs. Ja, aber auch in der Zeit. Ein Und dann ist das wirklich Drogen, der sich vor einer Gürünbüge. Wir sind der Tag, wir uns herumsch programmed. Wir sind der Tag, wir sind ein Haus. Wir sind der Tag, wir in der Tag, wir sind, der sich in die Gürünbüge. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.